Und weiter geht's bei Let's Play Beyond Good and Evil. Was seid ihr für kleine Kerl, ne? Bufo Erectus. Kleine grüne Dinger. Okay. Diesen Deku. Okay. Was sollen wir da jetzt machen? Ah, Icey. Ah, Ice. Okay. Gefangen. Ich habe die vermutlichen Positionen der Alphas lokalisiert und auf deiner Karte verzeichnet. Schick uns die Fotos. Mach mal. Komm, wir brauchen mal nochmal eine Dekodierung dafür. Ich brauche mehr Beweise, Shawnee. Stellen Sie den Bericht fertig, dann schicke ich Ihnen den Code. Das ist volle Erpressung, Alter. Drei Bilder brauchen wir. Okay. Wir brauchen noch drei Fotos, Shawnee, bevor wir Ausgabe 514 fertigstellen können. Sei vorsichtig. Okay. Yay. Wir fahren mit dem Überwachungsraum an. Das ist ja toll. Wir fahren mit dem Überwachungsraum an. Dann werden wir das mal andocken. Jawohl. Okay. Zu eng für mich. Ich decke Ihren Rücken, Miss Jade. Spann, wie er von da wegkommt. Yay. What the hell? zerstört Konto-Identifizierung 7 Kababs 8 Kababs 8 Kababs Geht doch So Okay, was auch immer das ist Ich werde es fotografieren Das ist ja gründig Makropos Makropodia Omnivora Perfekt Irgendwas mit groß Irgendwas mit groß Sprechen Schreiben, ja Was sind wir da? Schalter Sehr schön Schauen wir mal Wo es hingeht Schleuse Hallo Ratte Hey Aha Halleluja, das ist ein Riesengebiet Drei Perlen nochmal drin Und Tiere Nur noch da Okay Ich denke mal Zu sehr viel mehr ist der Raum gar nicht nützlich Oh Doch 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 Der Raum wird hier Ist hier doch zu mehr nützlich Ah, da brauchen wir mal Hilfe Okay, dann schämen wir das nütz Hm Na Na gut Also da kommen wir noch nicht weiter Erst noch Hilfe Okay Okay Oh Ist das natürlich wieder runtergelassen worden Äh Wenn es so ist Mal schnell durchlaufen Dann wieder Dann werden wir mal an Carps einwerfen Dann werden wir mal an Carps einwerfen Dann können wir mal an Carps einwerfen Dann werden wir mal an Carps einwerfen Was? 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 Zermisst Steuerung her jedes Mal. Ja, fix. Komm, treff mich halt noch 20 Mal. Das macht ja so Spaß. Ja, Gratulation. Da komme ich mit dem fetten Idioten hin. Super. Das heißt, du wirst da auch wieder laufen in der angegebenen Zeit. Göttlich. So, jetzt aber bitte. Flott. So, Kamera, lass mich einfach in Frieden. Hopp, 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 hopp. Spring in das scheiß Boot, Mensch! Das geht ja jetzt schon so weit unten. Was ist denn? Mann! Das gibt's so nicht. Ah, Kinder. Und jedes Mal sag wirks zum hingehen. Ah, ich hasse das in alten Spielen. Dieses Spiel bietet ungefähr 8 Stunden lang Spielspaß. 5 Stunden bräuchte man, wenn man die ganzen Rätsel 20 Mal machen müsste. Ja. Das ist Sarkasmus in der besten Form, die ich grad aufbringen kann. Ja, komm von rüber. Ja, triff mich halt der wegen, Mensch. Komm. Und, durch geschafft. Komm, renn weiter, renn weiter, renn weiter. Und jetzt steig ein, die Soxte. Boah. Alter Schwede. So, was ist das? Was raus? Ich hab' mal abspornen, wenn wir da jetzt rauskommen, wenn wir den Kinder wegwerden. Wow. Okay. Nice. Okay. Nordflügel. Spont. Aha. Jetzt sind wir da. Dann müssen wir sagen, wir machen aber trotzdem, wir gehen nochmal zurück. Dann machen wir bis fertig, was wir vorher gemacht haben. Ich will sagen, wir müssen nochmal da hin. Genau. Ja. Locken da an. Wo ist eigentlich unser Furchtloser? Da hin? Ähm. Jetzt ist er nicht mehr da. Nein. Nein. Oh Mensch. Hier wäre doch hin, ey. Right away, apropos hinwerden. Wir kommen noch mit zurück. In Umständen nur eine Sackgasse. Aber, was ist denn der Gott vor? Ja. Sehr schön. Dann gehen wir uns nicht besser davon. Okay. Gut. Und zum inneren Gräben. Die Stalkliste. nochmal ein bisschen Überwachungsbedingungen. Wo sind wir da? Ah, ok. Wo sind wir da? Ah. Leverdeco Ha! Das ist eine Gütenlacht Das muss alles einen Zimmer geben Holy fuck Huch! Glück schafft, ha? Na, wir hätten jetzt nicht geredet, ha? Da hinten werden wir dafür allein fahren Schuhen wir mal Konto-Identifizierung Ok Ein Starkurs Ein Starkurs Warum mit Eine Büchse Carbabs stellt die Lebensenergie Eine Büchse Carbabs stellt die Lebensenergie vollständig wieder her Aber Carbabs sind ja mit Nutripillen Ich glaube das kann man inzwischen schon ziemlich Ja, definitiv saugen Jetzt sind wir im Ostflügel Einzige Flügel wo wir noch mal keine Ziele haben Cool Und da haben wir ein Gebiet wo wir definitiv noch nicht weiter kommen Und was sagt uns das? Das ist richtig Das ist dieses Spiel wo man definitiv kann Kinder Das ist das Gefühl was da durchschaffen kann ohne Arme von den Minen zu zerstören Schauen wir mal Ja Ja, like a glass So Dann kommen wir hier raus Dann wieder vorbei Wow 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 Da hat über die Minen, damit der will je auch getroffen das haben wir doch nicht sollen oder ob es wirklich hinten ist und dass er vielleicht da hinten schmutzig habe es nicht er hätte dann ein verbrechen müssen auf jeden fall da sind wir vorher da schon machen sollen so ist das zuschauen und bis morgen servus